Oh ich liebe meinen Max auch nicht noch kein Ingenieur der ist zu schnell es ist eine leichte da stehen einfach alle jetzt Bahnhof aber das bringt mich nicht, wenn ich die ganze Zeit im Knast bin ja aber da hättest du nicht, wenn wir uns aufnehmen können, du Hell das machen können, nö, machen nicht, trotzdem nö, dann hätt ich mal gesagt, ja gut, dann war's das mit Markus und was hättest du dann gemacht? dann halt kein YouTube mehr und der Grund, kein YouTube, weil er seinen Taste-Namen nicht ändern wollte what the fuck Alter, äh, Overwolf will mich doch verarschen hast du verkackt? ich soll ja, ich fliege es auf den Max zu, zehnmal zitiert auf einmal beöffnet sich auch mal wohl oh fuck also die haben auch irgendwas mit dem Patch verkackt, ganz ehrlich oh mann ich verkack's auch gar nicht, aber richtig derb Markus bist du gut, ne Sven, warte mal, bist du Ingi? ne mach Ingi sagst du? geht doch aber wenn du's verkackst, ne? du machst sogar mal, was der Chef sagt Alter, schalte Alter ich, Chef, du nix hahaha es war lustig ich bin mal froh, meine gescheite, ja gut, die Ping ist zwar behindert, aber einigermaßen ich bin tot du hast du's gehinde ich bin vor dir, wo ich hingehöre nein, du warst hinter mir, wo, ähm nicht hingehört, hat's recht ja, eine Max ist da und hab gerade war es schön, der Herr Schatz hat gesehen, dass du wirklich hinter mir warst was suchst du auch vor mir naja, also im Normalfall, wenn du deinen Wechsel zehn Sekunden vor mir ziehst, bevor ich überhaupt in die Ziele und danach hinter mir bist, hast du was falsch gemacht nein weil ich mach nichts verkehrt da drühe ich bin tot oh, du hast mich aber gut gedeckt wo, warum bist du schon wieder tot? direkt neben dir stand ein Taraner der so weggelaufen, hat mich erschossen und ist wiedergegangen wo ist der her? na, Bio-Labor ich hab gesehen, dass du mit er läuft einfach an mir vorbei ach so, das ist der, wo er mit dem Jumppad rüberkommt und was, den hol er mal jetzt oh, aber jetzt ist gerade eine Libby da weiß ich ach, übrigens, der Sandi ist jetzt down, das heißt, ich kann auch nicht mehr zu dir spawnen du bist echt unfähig, als Max hast du es noch mal deinen Inchees zu decken wenn der mit dem Jumppad kommt, was soll ich machen? ich sag auch noch, da steht einer er schießt mich und dann kommt von dir ein Oh, da war einer ich glaub, bei dir brennender Wut her komm der mit dem Jumppad rüber, ich hab mir nicht mal sehen können, dass da einer kommt komm übrigens jetzt wieder von oben, ne? ja, ich bin schon drin ich bin nämlich so lieb und bin einmal übers ganze Neulep jetzt gelaufen nur, um dich hier zu heilen so, jetzt gehen wir da rein ey, ich werd gleich erschossen von hinten ich hab rotes Leben also, solltest du halt mal früher sagen, bevor du tot bist naja, ich hab's gesagt, bevor überhaupt das Schießen angefangen hat Vorsicht, geh weg, geh weg, geh weg ich bin tot oh, ich liebe meinen Max okay, ich mach keinen Ingenieur der ist zu schnell, es ist ne leichte und? jetzt ist er tot du hast Shotguns ja eben, jetzt ist er tot, sag ich doch ja, jetzt bin ich auch ne leichte, ich bin zu schnell, sorry wo ist der hin? ah, er hab ihn Arschgeiger B8 wer sind BAT, das sind doch die Brutalos oh ich weiß gar nicht, wie heißt denn das BAT nochmal ausgesprochen? halt dieser Würfel ich hab gesagt, die haben halt diesen Würfel, das ist halt Digga boah, jetzt hat er mich noch mit getorpediert ach, wie schlecht ich doch bin müssen wir schon länger ja gut, ich hab 3 kills gemacht dafür brauche ich keine Max ne, jetzt kam Dark Metallic und er ging wieder ohne ja gut, ich war auch schlecht gelegen Dark, da hast du keine Schuld diesmal gebe ich dir keine Schuld dafür oder vielleicht doch doch Dark, du bist schuld einfach aus Prinzip scheiß Verbündete scheiß Verbündete die wollen mich schon wieder tot sehen ach so wollen wir in den Rücken, jetzt bin ich schon wieder rotes Leben hier fast nein, nein das sehst du verkehrt das ist nur aus Liebe das wollen dann schämt das Leben nicht im Ernst, da steht einer von unseren draußen außerhalb von Biolab schieß auf Schutzschild auf die Leute, die da dahinter stehen ich glaub ich spinn also hat der sich da reingebackt ja ich glaub der hat sich da reingeklitscht der kann da, der kann die Leute von außen durch das Schutzschild erschießen das müsst ihr euch mal angucken nachher auf der Aufnahme der steht außerhalb, kann nicht erschossen werden, aber schießt ihn ins Biolab rein das ist ein Hacker er ist ein Glitch, aber dafür wird man gebannt ups das war einfach mal wieder dieser Kampf hier ist scheiße ja irgendwie schon, also ich finde ein bisschen Käse vor allem sind die in Überzahl in dem Biolabor, in der Verteidigung, da brauchen wir nicht angreifen dann sag mal an, du bist ein Truppführer, nicht ich? ne, ich muss auch einen Platoonführer sein mach so er schießt einen Platoonführer dann bist du Platoonführer ne, dann respawnt er und er schießt mich so steig mal in der Hierarchie auf ist Dark, dann kann ich töten mal kurz irgendwann glaube ich wirst du noch gesperrt von Dark ja und? geil, was hat mich jetzt erschossen? ah, eine Splittergranate ah, die kann nur so gut schießen ich hab gedacht die explodieren nur ups ich hab Schaden von Schüssen bekommen und man dann gestorben ich hab weder eine Granate gesehen noch irgendwie mitbekommen, dass jemand eine geworfen hat na vor uns sind nur Maxis Galaxies jetzt kommt ein Havasa der ist jetzt bei uns da durchgefahren ist Nervensäge könnten sie eigentlich auch unbedingt in Nervensäge die können mir einen besorften Sack Eis ist ja indirekt Stress oder sowas das haben wir mal drüber gehabt schon Stress oder Nerven weil nicht liegen oh, ich hab Glück was für ein Zufall, die Warno gewinne heute wieder ja natürlich so wie die letzten 30 Erlerts halt ich glaub irgendwann wird's ihnen auffallen, dass die overpowered sind das wissen sie jetzt schon das haben sie schon vorher gewusst ja warum Patch ist sie nicht mehr raus tja warum Patch sind sie sich hoch? äh der Warno Patch kommt in ein paar Tagen hieß es in Patch Notes zwar heute wurden die auch geupdatet und sie haben uns nicht draus gemacht sondern in den Update Notes hat Darki mein Stand drin dass der Warno Patch erst in ein paar Tagen kommt versteht es einer die Welt lass uns nach Eco Valley gehen nein wir müssen hier kämpfen haben wir auch schon verloren wir haben doch hier alles verloren was willst du denn noch gewinnen hier ich will nichts gewinnen Sichtkontakt zu feindlichem Transportfahrzeug feindliches Transportfahrzeug feindliches Transportfahrzeug im Einsatz gewinnen Sichtkontakt zu feindlichem Alter wir kriegen hier doch nur auf die Fresse boah scheiß wir sind ja nicht mal mehr in der Nähe von Biolab dass wir auch eigentlich fighten könnten Juhu Lightning Assess Kill komm Platz ich hab grad ne Megakillserie wow mega ja Megakillserie und ich hab ein Spawnbeakon für Bravo das ist jetzt aber nicht mega oder? ne das ist kein Megaspawnbeakon das musst du so ein Standard denken erstmal ne Granate jetzt ist es down mein Standard Spawnbeakon ja da oben ist alles tot also hochspringen brauchst du nicht mehr da oben sind sie doch hochfliegen und mit der Shotgun rumballern so mein Spawnbeakon Kills auf der leichten oh ich bin im Biolab bei feindes Platz 37 da bin ich ja fast stolz drauf wenn hier 200 Leute kämpfen ich bin bei 187 Opat hat's richtig gemacht der ist einfach offline gegangen wer hat's richtig gemacht? Opat der ist einfach offline gegangen hat recht oh guck mal wie da oben stehen da kommen sie jetzt runter alle ja aber das lustige ist ich flieg jetzt mit dem Jumppad über sie drüber und droppt C4 das wird auch lustig Aua alter was da alles ru... Aua fer ich ich Schäufe ich mille her das und Bis zum nächsten Mal.